Hausaufkommens, Richard Willi am Apparat. Verbinden Sie mich mit meinem Sekretär. George! Ich will nicht gestört werden, solange sich das Ganze nicht zu einem nationalen Notstand entwickelt. Sagen wir so, falls der Premierminister fragt, wo ist Richard Willi, dieser Idiot, dann ruf mich an. Wir sind alle etwas in Saute. Heißt die Klappe, die liebsten von Pissi. Was geht hier vor? Na, du wirst eine kostenlose Übernachtung in diesem Vier-Sterne-Hotel genießen. Aber meine Mutter erwartet mich zu Hause. Wir haben keine andere Wahl, George. Die Zukunft der Regierung steht auf dem Spiel. Wieso? Plan B. Plan B? Die Wahrheit sagen. Bist du verrückt? Viele Leute sagen die Wahrheit. Wissen Sie, es ist ganz einfach. Es kommt vor. Sie und Miss Worthington haben ihn hier gefunden und das ist alles.